Das ist heute ein dynamischer, gedrillter, durchgedeimter Tag, an dem Sie alles an Innovation über Mobile Marketing mitnehmen sollen. JMC freut sich, hier als Host, als Initiator agieren zu dürfen. Wir sind vom Ansturm überwältigt. Es sind doppelt so viele Leute wie letztes Jahr. Heuer die zweite Auflage dieses Summits, bei dem nationale und internationale Speaker tiefgreifende Theorie vermitteln. Es gibt weltweit mittlerweile 5 Milliarden Mobiltelefone, es gibt über eine Milliarde Smartphones und in Wien gibt es 20.000 IT-Unternehmen, die entsprechende innovative Lösungen bieten können. Mobile ist bei Google ein extrem wichtiges Thema. Wir setzen einen riesen Schwerpunkt darauf und wir sehen, dass die User jeden Tag, die sich in der Google-Welt bewegen, immer mehr Mobile präferieren. Mobile Commerce ist vielleicht gerade auch deshalb das Thema, das spannend wird in den nächsten Jahren, weil sich der Point of Sale verändert. Wir sind nicht mehr im Ladenlokal, wo wir verkaufen, sondern wir verkaufen auf der Couch, wir verkaufen im Wohnzimmer, wir verkaufen in den Badezimmern. Der Point of Sale hat sich verändert und genau da liegt auch ein Zukunftspotenzial. Ich werde über Entwicklungen reden, ich werde eine Studie der Universität Wien und Universität Bamberg präsentieren, die die Akzeptanz von mobilen Werbeformen hervorstreicht. Das heißt, dass Konsumenten nicht belästigt werden von Werbung und wirklich auch für sich einen Nutzen herausziehen können. Location-Based Services stellen ja die Erweiterung im mobilen Bereich dar, dass man auf den Moment, auf die Umgebung targeten kann und dem User dementsprechend einen Mehrwert bietet. Relevanz ist hier groß geschrieben und ich glaube, die Relevanz mit dieser Ortskomponente, das zu verbinden, ist, glaube ich, ein zu kräftiges und schwergewichtiges Argument auch in der Vermarktung. Immer wieder beachtlich für mich auch, in einem kleinen Land wie Österreich es zu schaffen, einen Saal zu füllen, vor allem mit einem auch heute noch innovativen Thema. Tolle Speaker, tolle Themen, tolle Menschen. Ich war begeistert, wie viele Leute eigentlich schon so früh am Morgen zu einer Konferenz sich einfinden. NFC, gerade auch NFC Payment, ist für mich auch ein sehr spannendes Thema. Es sind sehr vielfältige Beiträge bis jetzt. Ich finde es sehr spannend. Social TV Second Screen, das wird spannend. Ich finde es sehr spannend.